Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stellen wir mal wieder Custom-Content. Das sind die beliebtesten Videos auf meinem Kanal, beziehungsweise die, die am meisten Klicks bekommen. Und ich dachte, da kann ich mir noch mehr einheimsen. Nein, aber ich wollte sowieso meine Tattoos, weil wie vielleicht der eine oder andere weiß, habe ich mittlerweile drei Tattoos, würde ich gerne im Spiel drin haben, da ich ja meinen Sims-Self sonst gar nicht so genau darstellen kann, wie ich eigentlich bin. Und wenn ich dann diese Sachen da einfach reintun kann, und dann habe ich halt dieses Tattoo, dann ist doch alles fit. Dafür habe ich jetzt hier ein Tutorial gefunden von Sims Community. Eine sehr gute Seite übrigens, also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und hier wird gesagt, dass das gar nicht mehr so schlecht ist und dafür braucht man halt nur Sims 4. Man braucht Sims 4 Studio, das habe ich schon runtergeladen. Dann Male und Female Texture Files, das habe ich auch schon runtergeladen. Dann die Transparent-PNG-Dingsis habe ich auch schon. Ich benutze Krita, wie letztes Mal auch schon. Und ja, Basic Knowledge kriegen wir auf jeden Fall hin, irgendwie mit den ganzen Sachen, die wir hier haben. So, wir createn unser Package-File als allererstes. Dafür nehmen wir ein Standalone-Cast-Create-Dings. Okay. Das haben wir hier. Ich habe das auf Deutsch gestellt, weil... Also, das hier. Das wird geladen. Oh, es kann sein, dass es diesmal sogar meinen Custom-Content ansieht. Also, weil letztes Mal war das so, dass das halt nicht immer so funktioniert hat, wie ich es mir gewünscht hatte. Also, weil da wollte ich halt Custom-Content da drin haben, aber... Nee. Kein CC, aber auch okay. Dann, blala, create-Saname. Select the cast piece you want to replace with your tattoo. Since we are making a custom tattoo, we will want to select a tattoo to replace. Use filters at the top to filter for base game tattoos. Ich meine, das müssen wir dann ja eh löschen, ne? Ich nehme einfach mal das hier. Und das Pfeil nennen wir einfach meine Tattoos. So, dann haben wir das hier. So, wie ging es denn nochmal weiter? Also, ich habe das jetzt ja so lange nicht gemacht. Also, die Videos sind jetzt auch mittlerweile schon zwei oder drei Jahre her. Okay, das lassen wir offen. Wir müssen erstmal gar nichts machen. Okay, das ist sehr interessant. Aber okay. So, make your tattoo. Ja, also, das muss ich dann schauen, weil die Blume auf meinem Unterarm ist relativ komplex. Da muss ich das selber als PNG machen. Die anderen beiden konnte ich dann direkt so als PNG, hatte ich eh als, äh, also gespeichert, ohne Background. Deswegen muss ich mal gucken, ob das mit der Blume wirklich funktioniert. Ähm, ja, ich bin gespannt. So, dann öffnen wir mal Krita. Ja, und dann muss ich, dann brauche ich das Female Template, weil ich bin tatsächlich eine Frau. Und dann kommt das da drauf. Einfach. Okay. Also, ich habe jetzt erstmal die Pfote. Und die kommt ja unter meine Brust. Ja, die ist tatsächlich halt ziemlich klein, ne? Also, ich meine, das ist halt wirklich auf ihrer Größe, wie groß halt ihre Pfote ist. Aber ich glaube, das müsste noch ein bisschen so slightly rüber. Das ist halt direkt unter meiner Brust so, ne? Damit sie halt schön nah bei mir ist. An meinem Herz. Seja. I don't know, ob das klappen wird. Wir versuchen es einfach. Das habe ich nicht als PNG gespeichert. Das habe ich nur als so gespeichert. Also, als Krita-Datei. Das mache ich mal kurz. So, das sollte auch groß genug sein, auf jeden Fall. Das kommt auf meinen rechten Oberarm. Ich weiß jetzt nicht, was rechts und links ist. Ich bin ehrlich. Also, ist das der rechte Arm dann? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es einfach. Zur Not kann ich es ja immer noch ändern. Ich setze es da erstmal hin und dann kann man es ja, wie gesagt, immer noch ändern. Dann müsste das hier dann der linke Arm sein. Da müsste dann die Blume drauf kommen. Die hat leider jetzt weiße Ränder. Ich muss mal gucken, wie das dann ingame aussieht. So, was macht man dann? Okay. Einfach als PNG. Also, wir machen das hier weg. Wie das jetzt aussieht. Und dann speichern wir das als PNG. So. Soweit so gut. Test your tattoo. Click the Import tab in the diffuse. Texte check. Texte check. Probleme auszusprechen. And select your PNG file. You just saved. Ich habe die Arme vertauscht. Das ist das erste, was mir auffällt. Das mit der Pfote passt schon an sich ganz gut. Das müsste halt noch ein bisschen weiter rüber, glaube ich. Aber ansonsten, ähm... Das hier muss halt auf die andere Seite vom Arm. Wie macht man das denn? Ich weiß nicht. Das muss kleiner. Das muss auf jeden Fall kleiner. Aber egal. Wir sind ja dabei. Dann kommt Ferdinand nämlich. Wupp. Hier rüber. Und muss aber viel kleiner sein. So. Dann die Pfote von Bella. Ist von der Größe eigentlich optimal. Ganz Ticken noch kleiner. Zack. Und die Blume muss halt hier rüber. Muss auch kleiner. Boah, die muss halt dann hier so, ne? Weil da ist ja auch die Handinnenfläche. Ich würde es einfach so mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich meine, wir sind ja hier, um zu lernen. Ja, ich möchte das bitte ersetzen. Dann importieren wir das nochmal. Dann, wie sieht das aus? Äh, so. Das ist perfekt. Das ist auch richtig gut. Und was ist hier? Das ist auf jeden Fall jetzt unten. Das ist auch super. Es ist halt blöd, dass das jetzt so ein bisschen weiß ist. So. Was müssen wir dann? Also, das sieht ja jetzt halt soweit erstmal okay aus. Ich würde es jetzt auch erstmal an so einem Spiel drin lassen, damit mein Simself halt dann auch gut aussieht. Hm. Ja, hier. Ätet der nochmal ein bisschen was. Switch to the categories. Categories tab and just double check that everything is to your liking. I usually make sure they're enabled for both genders, but disabled for random. This means that I can put the tattoo on male or female Simpsons cars, but townies will not spawn with the tattoo. I also double check the outfit type category at the top to make sure the tattoo placement is similar where it is on the body. I change this to an upper back tattoo instead of a lower back tattoo, since the majority of the tattoo is on the upper back. Ah, okay. Ich lasse das aber weiblich, weil es geht ja auch nur um mich. Tattoo Rücken ist natürlich jetzt nicht so. Äh, Zeigefinger? Toenail. Let's go. Ich nehme mal Oberarm rechts, weil es ja auch das ist. Es ist auf jeden Fall ein schwarzes Tattoo. Also es sind alle schwarze Tattoos. Alltag geeignet. Das bleibt so. Modeauswahl bleibt so. Passt. Äh, wo kann man denn einstellen? Disabled for random. Farbpalette, Outfitart. Für zufällige Outfits erlauben? Nein. Dann speichere ich das jetzt. Deine Package-Datei wurde gespeichert. Dann kopiere ich mir diese Datei jetzt raus. Tu sie hier in den Mods-Ordner, weil ich weiß nicht. Also ich, okay, obwohl eigentlich will ich sie ja drin lassen, ne? Ich klatsche jetzt erstmal da rein. Ich kann sie, ich weiß ja. Alles gut. Und dann starte ich jetzt das Spiel. Es ist ein Update verfügbar. Das heißt, ich muss ja erstmal die ganze Scheiße immer hier schön auf meine Festplatte klatschen, damit nichts kaputt geht mit dem Update. Man weiß ja nie. So, Mods, Saves und Trey. Latest Sims 4 Backup, dann kann das hier nämlich weg. Hat aber jetzt nicht wirklich 40 Minuten, oder? Ich will doch nur mein Tattoo angucken ingame. Hi Bella. Ich habe gehört, ihr wolltet meinen Hund mal wieder sehen. Da ist die gute Stute. Du weißt, dass da eine Fensterbank ist. Du kannst einfach draufstehen. Ich hätte sogar noch eine Idee, wie man das sonst hätte machen können. Man hätte ja so eine, also mit dem weißen bei dem Blumentattoo, man hätte einfach diese Ebene auswählen können, dass man nur auf dem, was da gemalt ist, malen kann. Und dass man da einfach schwarz nimmt. Dass es dann zumindest schwarz ist. Aber I don't know. Eigentlich könnte ich das jetzt gerade machen, ne? Wenn ich die anderen hier, aber... Ja. Doch, kann ich. Hier, Blume, ja, ja, ja. Und dann drücke ich hier das da. Dann mache ich schwarz. Dann drücke ich Stift. So. Ah, jetzt hat es geklappt. Aber jetzt ist das ja so abgeschnitten. Hä? Äh, ich mache mal so. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt. Ich versuche es einfach. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen besser. Also es ist hier trotzdem noch so ganz minimal, aber egal. Scheiß drauf jetzt. Scheiß drauf. So genau wird sich das eh keiner angucken. Okay. So, ich speichere das. Dann muss ich das später nochmal in den Modsordner reinklatschen. Tschüss, mein Hund. Hä? Ich habe den Modsordner noch auch ausgewählt. Egal. Wisst ihr, was ich mache? Ich tue den einfach jetzt erstmal hier hin. Und mache da dann nur diesen neuen rein. Wow, spielbereit. Dann muss ich jetzt erst ins Spiel gehen. Dann wird mir gesagt, oh, wir haben deine Mods hier aktiviert, weil es gab einen Patch. Dann muss ich die erst wieder aktivieren. Dann muss ich das Spiel schließen. Dann muss ich das Spiel wieder starten. Wow. So geil. Ich liebe es einfach. Immerhin dauert das nicht mehr 20 Minuten, bis mein Spiel startet. So wie als ich noch Alpha CC benutzt habe und noch keine SSD hatte. Das war schrecklich. Ich spiele jetzt sehr viel mehr Sims, seitdem ich die SSD habe. Da bin ich ehrlich. Also auch privat denke ich mir jetzt immer öfter halt dann so, ja, geht schon. Modsdäck, TVN. Wenn ich jetzt schon hier dabei bin, muss ich auch noch was posten. Hier, zack. Das Starterhaus habe ich nämlich noch nicht hochgeladen gehabt. Upsi. Spiel. Ich hätte es lassen sollen, oder? Aber das Hochladen hat funktioniert. Gut. Alles klar. Da bin ja ich. Oh, ich habe ja ganz einen anderen CC jetzt nicht drin. Egal. Ich bin trotzdem das Model hier. Nehmen wir ihr das Tattoo da weg. Und dann kriegt sie. Yay. Aber das geht doch voll fit. Ja. Es hat auf jeden Fall schon geklappt, ja? Ich bin glücklich. Also das hier ist irgendwie voll schwach, aber das ist es halt in echt auch. Deswegen, ja. Und das hier geht eigentlich auch voll. Deswegen, alles gut. Yay. Mein SimSelf besteht einfach auch nur aus CC, oder? Also zumindest so gefühlt. Was ist da los? Gut. Wir haben es dann nach 100 Jahren endlich mal geschafft, dieses Video hier zu beenden. Hier in meinem SimSelf das auf jeden Fall noch, wenn ich dann meinen ganzen anderen Custom-Content und so da reingeklatscht habe. Ja. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.